Dinova ist ein kleines nationales Agierensversicherungsunternehmen in Gümmerlge bei Bern, das sich auf Krankenzusatzversicherungen für Privatpersonen sowie Krankentag und Unfallversicherungen für Unternehmen spezialisiert. Für diese Lehre habe ich mich entschieden, weil bei Dinova wirst du vorher Arbeitsalltag integriert. Längelige Lehrstelleraufgaben gibt es bei uns nicht. Hallo, ich bin Davide, ich bin im dritten Lehrjahr als Kaufmann zur Dienstleistung und Administration. Dort hinten ist meine Berufsbildnerin Rebecca und ich zeige dir mein Arbeitsalltag. Durch unser praxisbezogenes Rotationssystem schaffst du in verschiedenen Unternehmensbereichen. Von Kundendienst zu Schadenabwicklung bis zu IT, Buchhaltung und Marketing ist alles dabei. Auch eignisst du dir ein fundiertes Fachwissen in die Personenversicherung an. Du wirst umfassend ausgebildet und erwirbst prägefächerte Kenntnisse und Fähigkeiten, die du vielseitig einsetzen kannst. Darum ist nach deinem Lehrabschluss die Möglichkeit, in verschiedenen Branchen tätig zu sein. Bei Dinova begegnen wir uns auf Augenhöhe. Wir haben eine Du-Kultur und pflegen eine offene und respektvolle Arbeitsatmosphäre. Wegen dem wirst du schon beim Bewerbungsprozess bereits mit Du angesprochen. Übrigens, wenn du dich bewerben willst, dann solltest du eine rasche Auffassungsgabe haben, Freude an die Teamarbeit und ein höheres Mass an eigenen Initiativen und Eigenverantwortung mitbringen. Durch die flexible Arbeitszeit stehen deinen Hobbys nichts im Weg und du hast sechs Wochen Ferien plus zwei Wochen extra für einen Sprachaufenthalt. Das und noch vieles mehr wird dich motivieren, täglich das Beste zu geben. Ja, jetzt machen wir etwas für die Gesundheit. Komm, wir gehen spüren. Also. Wenn dir der Einblick bei Dinova gefallen hat, dann bewirbt dich bei uns. Wir gehen. Bis zum nächsten Mal.